Nicht kämpft im Norden oder im Süden. Kämpft auf jeden Fall, überall. Immer. In deinem Geist. Auch sehr viel mehr Freund. Neue Freunde, neue Bündnisse und damit neue Konflikte. Wenn die Schnee fallen und die weißen Winde fliegen, der Lone Wolf stirbt. Aber die Packs sind weise. Auch wenn Jon und Sansa wieder vereint sind, für ein Familientreffen fehlen noch zwei. Zwei, von deren Überleben man nichts ahnt. Noch nichts ahnt. Die frisch ausgebildete Assassine ist auf dem Weg nach Norden und der frisch auserkorene Three-Eyed Raven auf dem Weg nach Süden. Dass Bran Stark das Tor der Mauer passiert, heißt aber auch, dass die Night's Watch ihn empfängt. Und da sich Jon Snow sehr bald jenseits der Mauer auffällt, müssten sie sich eigentlich begegnen. Was auch immer Jon hofft dort zu finden, er sucht es mit einer kleinen Gruppe und stößt auf eine andere kleine Gruppe. Zusammen verteidigen sie sich gegen die Whites und die White Walker. Man könnte auch sagen, dass es das Aufeinandertreffen der Auserwählten ist. Denn aus Sicht von Beric Dondarrion müsste ja er selbst der Auserwählte, der prophezeite Ajor Ahai sein. Er ist aber auch nicht mehr der einzige Wiederauferstandene und für den allbewissenden Zuschauer kann es fast nur Jon Snow sein. Und nicht nur für ihn. Der Matt King wurde in seinem Wahn auch nicht zuletzt davon getrieben, dass man für seine Blutlinie den Ajor Ahai vorhergesagt hat. Er wollte seine Nachkommenschaft schützen und wurde paranoid. Er könnte verrückterweise Recht behalten haben. Doch Prophezeiungen sind immer davon abhängig, wer sie gerade interpretiert. Du kennst nichts, Jon Snow. Was machst du hier? Sie schützt sie. Sie schützt sie. Sie schützt sie. Sie schützt sie. Die Wände sind nicht nur Eis und Stein. Und Coldhands wurde begleitet von Raben. Der Trailer suggeriert überdeutlich, dass Bran sie steuert. Aber vielleicht sind sie nur einmal mehr an Vorbote. Immerhin sollte Benjen Stark, so weit nördlich der Mauer, weit und breit der einzige sein, der mit einem Pferd unterwegs ist. Oder unterwegs war. Vielleicht kennt das Aufeinandertreffen im Norden nur einen einzigen Überlebenden. Einen auserwählten Überlebenden. Einer der Begleiter von Dondarrion war zuletzt noch der Hound. Offensichtlich auch im Norden unterwegs. Doch geht es nach diesem Shot, könnte es ihn auch wieder in Richtung Süden verschlagen. Zum Clegane Ball, dem langersehnten Kampf der Brüder. Nicht zu früh freuen. Sender Clegane ist nicht eindeutig zu erkennen. Und sein verhasster Anverwandter, der Mountain, ist nur noch als willenlose Leibwache unterwegs. Da dürfte wenig eigener Hass übrig geblieben sein. Zumindest ist dieser Ort von den Lannisters besetzt und ähnelt einer geliebten Konzeptzeichnung des Dragonpit in King's Landing. In diesem hausten einst die Drachen der Targaryens. Vielleicht ist es gar nicht der Hound, sondern Bronn. Seine Königin braucht dringend Verbündete. Und der einzig übrig gebliebene Kandidat wäre Euron Greyjoy. Dessen niegelnagelneue Flotte nähert sich King's Landing, zu erkennen an dem Banner der Greyjoys. Erweitert um sein Markenzeichen. Ein einzelnes rotes Auge. Ich werde diese Flüte bauen. Und ich werde sie direkt überlegen. Und sie geben sie zu Daenerys Targaryen. Mit meinem großen Kopf. Warum er nicht in kriegerische Absicht kommt? Sein Bündnis mit Daenerys kann er vergessen, nachdem sein Neffe und seine Nichte ihm zuvor gekommen sind. Die große Seeschlachter-Staffel findet bei Nacht statt und sieht sehr nach Greyjoy gegen Greyjoy aus. Es bleibt ihm wohl nur Cersei als Verbündete. Und ihr blieb bisher nur Jaime. Nachdem Cersei den Großteil der Tyrells in die Luft gejagt hat, wäre es nur logisch, wenn sie ihn losschickt, um den Job zu Ende zu bringen. Und egal, wo sich Jaime gerade befindet, es sind tote Tyrell-Anhänger dort. Also entweder ihr Sitz in Highgarden oder aber bei deren Verbündeten in Dorne, den Sand Snakes. Noch haben die Lannisters die nötige Streitmacht dafür. Noch, denn ihre Schlacht gegen Dany können sie nur verlieren. Werden sie sichtlich verlieren. Jaimys letzte Verzweiflungstat soll ihn wohl vom Königsmörder zum Drachentöter machen. Es wäre aber selbst für Game of Thrones vollkommen antiklimaktisch, wenn er ausgerechnet so sterben würde. Und das auch noch so früh angedeutet wird. Dany ist dort. Und Dany wird von ihrem obersten Berater erfahren haben, dass Jaime der einzige andere gutherzige Lannister ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie jemanden am Leben lässt, um von dem, was passiert ist, zu berichten. Erinnern sie uns, was passiert, als Daenerys Stormborn und ihre Drogene zu Meereen kamen. Long may she rain! Long may she rain! Long may she rain! Das ausgerechnet Tyrion die Hand der Khaleesi ist, zeigt sich bei der mutmaßlichen Eroberung des Lannisters Sitzes Castle Rock. Dort war er einst zuständig für die Modernisierung der Abwasserkanäle der Küstenstadt. Mein Vater hat mich in charge von all den Drainern und Sistern in Castle Rock. Eine sehr hohe geboren Plummer. Die Wasser hat nie mehr flog. Und all die Scheiße hat ihren Weg zum Meer gefunden. Auch das wäre nicht das erste Mal, dass Daenerys Targaryen eine Stadt von innen heraus erobern lässt. Manche Verbündete fallen und manche Verbündete zahlen sich aus. Und das wichtigste Bündnis wäre das der Lebenden gegen die Untoten. Jon wird seine Tante davon überzeugen müssen. Ja, sie ist als Schwester seines leiblichen Vaters, Tante Danny. Er wird die Gelegenheit dazu haben, denn der Drehort hinter ihm liegt im Baskenland, wo man sämtliche Außenaufnahmen für Dannys Familiensitz gedreht hat, Dragonstone. Wenn die Schnee fallen, wenn die weißen Wälder fallen, wenn ein Lonewölf stirbt, aber die Packs sind Wälder. Das Wolfsrudel, von dem Sansa spricht, besteht eben nicht nur aus Wölfen, sondern spätestens zum Ende der siebten Staffel hin auch aus Hüden und Drachen. In den Kommentaren fragt ihr mich immer wieder, wie ich eigentlich Game of Thrones schaue. Da meine Recaps zu den Folgen immer so schnell wie möglich sein müssen, ist die einzige zeitgleiche Option für mich tatsächlich Sky. Seit letztem Jahr schaue ich Game of Thrones nur noch so und für dieses Jahr konnte ich sogar mit Sky eine Kooperation eingehen. Das hilft meinem Kanal und eventuell sogar euch. Denn ihr könnt momentan mit dem Sky Entertainment Monatsticket jede Menge Serien und insbesondere alle Folgen Game of Thrones für nur einen Euro schauen. Im ersten Monat ist der Euro anteilig, im nächsten Monat ein Euro, danach kostet es nur noch 9,99 Euro und ihr könnt monatlich kündigen. Vielleicht einfach mal testen? Mehr Infos und einen Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn die Schnee fällt, wenn die Wälder blöde, wenn die Wälder blöde blöde, die Lone Wolfe dies, dann wird die Wälder blöde 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 blöde. Aber die Wälder blöde 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 blöde.